Friedrich Merz will, dass wir alle noch länger schuften dürfen. Ja, wieso will Friedrich Merz das? Einerseits, damit das deutsche Kapital noch mehr Profite machen darf. Die Profite der deutschen Kapitalisten sind in den letzten 40 Jahren extrem stark gestiegen. Viel stärker als die Wirtschaftsleistung. Und zum anderen, damit die Bundesregierung mehr Geld an irgendwelche korrupten Regime, beispielsweise in der Ukraine, oder an die Rüstungsindustrie verschenken darf. Also das ist die Politik, die der CDU-Chef fordert. Fabio Delmasi hat das hier oben kritisiert. Also ihr seht, das ist ein Tweet von Fabio Delmasi, der gehört zum Büro des Sarah Wagenknecht. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was Friedrich Merz gesagt hat. Und in diesem Zusammenhang gehört, dass das Konzept vom sogenannten Bürgergeld nicht in den Details falsch ist. Es ist im Grundsatz falsch, so etwas so zu machen. Schon das Wort Bürgergeld ist falsch. Denn es suggeriert ja sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen, das man in Deutschland... Also man nennt eine Sozialleistung, nämlich das Arbeitslosengeld II, einfach in Bürgergeld um. Okay, es ist jetzt überflüssig... Das Bürgergeld ist tatsächlich nicht höher als Arbeitslosengeld II, beziehungsweise Hartz IV. Es wird genau so berechnet. Also ja, das ist kein vernünftiger Kreditpunkt, den Merz hier anbringt. ...eben dann doch irgendwo bekommen kann. Nein, das bekommt man nicht. Und ich hätte die herzliche Bitte auch an die Arbeitgeberverbände zusammen mit uns, den Unterschied zwischen beitragsfinanzierten Versicherungsleistungen, die man bekommt, wenn man arbeitslos wird, und den steuerfinanzierten Sozialleistungen, die man bekommt, wenn man in Not geraten ist, dass man diesen Unterschied wieder deutlicher herausstellt. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Diesen Unterschied, der war früher deutlich herausgestellt. Also Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden durch die Agenda 2010 zusammengelegt. Früher hat man großzügige Arbeitslosenhilfe bekommen. Das wurde durch die Agenda 2010 enorm verschärft. Die Agenda 2010 bedeutete gar nicht mal eine Verschärfung für die Arno Dübels, also für die, die seit Jahrzehnten von Sozialhilfe leben, von denen es sowieso sehr wenige Fälle gibt. Also wir haben in Deutschland, also auch wenn RTL und CODA und Bild-Zeitung ein anderes Bild vermitteln, aber wir haben in Deutschland ungefähr 2000, ein bisschen weniger, Sozialverweigerer. Und bei über 200 Millionen Arbeitslosen ist das nicht mal ein Promille. Also das ist jetzt nicht die große Zahl, die wir in Deutschland haben. Aber, ja, aber das, was Merz hier sagt, ja, was soll man dazu sagen? Da ist in den letzten Jahren zu viel durcheinander gegangen. Und nur weil es so viel durcheinander gegangen ist, konnte dieser Eindruck entstehen mit dem Bürgergeld. Und dieser Eindruck ist... Stimmt, jetzt wusste ich wieder, was ich gerade sagen wollte. Weil dieser Eindruck, also Merz gesamte Kritik ist, dass hier ein falscher Eindruck entstanden sei. Also als ob die Leute sagen, das heißt ja jetzt anders. Mensch, beziehe ich viel mehr davon. Was ist das für ein bescheuerter Gedankengang? Man guckt, auf welche Leistung man Anspruch hat und dann beantragt man sie. Und vielfach scheitern die Leute, vor allem die, die sowieso schon Stress haben, weil sie sich gerade einen neuen Job suchen müssen, an der Bürokratie. Also dass das so extrem bürokratisch geregelt ist, ist dann noch ein anderes Problem. Das ist ein Eindruck, dem wir wirklich mutig entgegentreten müssen. Der Eindruck lautet, man kann in diesem Land Wohlstand ohne Arbeit und ohne Anstrengung erreichen. Nein, das können wir nicht. Außer man hat Rheinmetallaktien. Wir werden uns in Deutschland wieder sehr viel mehr anstrengen müssen. Wir werden unserer Bevölkerung auch... Oder man hat Lobbykontakte zu Blackrock, wie Friedrich Merz, der der Blackrock-Chef von Deutschland war. ...sagen müssen, wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, dann werden wir dafür mehr arbeiten müssen und nicht weniger. Wir werden mehr. Wer ist wir? Hört zu wir auch irgendwelche korrupten CDU-Politiker, die unser Geld, wie gesagt, an die Rüstungsindustrie verschenken wollen, die Finanzkonzerne noch reicher machen wollen. Also wer hier drumherum sitzt, das sind CDU-Politiker, Unternehmervertreter, das ist nicht die normale Bevölkerung, für die hier mehr gearbeitet werden soll. Ich glaube übrigens, dass uns das in einer Bevölkerungsgruppe besonders große Zustimmung eintragen wird. Und das ist nicht die Bevölkerungsgruppe derer, die hier heute repräsentativ vertreten sind mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Ja, wenn wir die noch härter knechten, die noch länger arbeiten lassen, dann stimmen die uns zu. Also da muss man wirklich darauf hoffen, dass die Propaganda, die die Altpapier-Pässe da machen wird, also dass die die Leute wirklich gut indoktriniert. Also wenn sie die CDU wegen solcher Positionen eher wählen, dann kann man der Bevölkerung nicht mehr helfen. Die sich nämlich zunehmend die Frage stellen, warum sie eigentlich zu denen gehören, die noch acht Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche und 160 Stunden im Monat arbeiten, wenn sie gleichzeitig die Botschaft bekommen, es könnte auch sehr viel einfacher für dich sein, du musst gar nicht mehr so viel arbeiten. Also die Arbeit, ich sage das... Also jetzt mal ein Schock. Das Bürgergeld ist nicht höher, als es Hartz IV war. Also diese ganze Kampagne, man kriegt Geld fürs Nichtstun, ja, weil der Staat halt nicht verhungern gelassen wird. Das war bei Hartz IV so, das ist aber auch beim Bürgergeld so. Also Leute, die davon auch jahrzehntelang leben wollen, die können das tatsächlich machen. Und solche Leute wird es immer geben. Das sind wie gesagt nur wenige tausend Fälle. Aber soll man jetzt wegen denen unser gesamtes Sozialsystem niederreißen? Also soll man jetzt für die Millionen Leute, die eben keiner Arbeit nachgehen, weil es nicht genug Arbeitsstellen gibt, wir haben 800.000 offene Stellen in Deutschland und zweieinhalb Millionen Arbeitslose, mehr als zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Also da sieht man doch schon, dass das mathematisch nicht zusammenpasst. Wenn morgen früh alle 800.000 Stellen mit Arbeitslosen besetzt wären, dann hätten wir immer noch fast zwei Millionen Arbeitslose. Also es geht schon mathematisch nicht. Das ist ein makroökonomisches Problem, dass die Leute, die arbeiten wollen, eben nicht alle arbeiten können, weil es zu wenig Stellen gibt. Da braucht man eine Politik, die auf Vollbeschäftigung setzt. Man braucht ein anderes Steuersystem, man braucht öffentliche Investitionen, man braucht niedrige Zinsen, man muss endlich die Einkommen der Leute steigern, damit sie mehr konsumieren gehen, damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Also man müsste vor allem die Steuern für die breite Mehrheit der Bevölkerung senken. AfD und Linkspartei hatten 2022 beispielsweise beantragt, die Steuern auf Grundnahrungsmittel abzuschaffen, damit die Bevölkerung mehr Kaufkraft hat und die Wirtschaft angeschoben wird. Was hat die CDU damals gesagt? Wir sind dagegen. Also die CDU ist gegen Steuersenkungen für die Mehrheit der Bevölkerung. Und das schwächt natürlich die Wirtschaft. Also dieses Rumgerede von Friedrich Merz, ja, das ist ziemlich wohlfeil, weil er genau weiß, dass er die Arbeitslosen braucht, damit Druck auf die Löhne ausgeübt wird. Das ist der Grund, warum es Arbeitslosigkeit gibt. Die Europäische Zentralbank, die erzeugt durch Zinserhöhungen, wie sie sie gerade vornimmt, absichtlich Arbeitslosigkeit, damit Druck auf die Löhne ausgeübt wird. Die deutsche Bundesregierung erzeugt durch eine Sparpolitik, durch eine immer weitergehende Erosion der Tarifverträge, durch Maßnahmen wie die Agenda 2010, durch die Kürzung der Renten, durch ausbleibende staatliche Investitionen, absichtlich Druck auf die deutsche Lohnentwicklung. Weil sie erhöht absichtlich die Arbeitslosigkeit. Das sind alles politische Maßnahmen, die absichtlich ergriffen werden. Also es ist nicht so, dass wir Arbeitslosigkeit haben, weil die Menschen nicht arbeiten wollten, sondern es ist so, dass wir Arbeitslosigkeit haben, weil eine Wirtschaftspolitik gemacht wird, die absichtlich Arbeitslosigkeit erzeugt. Und dafür dann die Arbeitslosen verantwortlich zu machen und dann mit diesen paar tausend Leuten zu argumentieren, die eben gar nicht arbeiten wollen. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Also wie gesagt, wir haben Millionen Arbeitslose, ein paar tausend Leute, die gar nicht arbeiten wollen und viel zu wenige offene Stellen. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Das ist deswegen, weil mein Freund Karl-Josef Laumann mir vor einigen Wochen mal gesagt hat, wir haben jetzt die Chance, die eigentliche Arbeitnehmerpartei in Deutschland zu werden, weil genau diese Gruppe unserer Gesellschaft darauf wartet, eine solche Botschaft und eine solche Nachricht zu bekommen. Ihr dürft länger arbeiten und eure Löhne werden gesenkt. Halleluja, wollt ihr uns wählen? Also wie blöd muss man sein, um auf so eine Ansprache mit Ja, ich will jetzt CDU zu reagieren. Also er glaubt an seine eigene Propaganda oder er hofft, dass das kein Normalsterblicher jemals sehen wird und redet seinen Teilbundsen da irgendwie Mut zu. Fabio De Masi schreibt auf jeden Fall dazu, wie viel wir produzieren und ob Arbeit nachgefragt wird, richtet sich nicht danach, ob Friedrich Merz in seiner Parallelgesellschaft Deutschland erklärt, wir sollten mehr arbeiten. Wir könnten morgen auch alle freiwillig noch mehr Überstunden machen. Wenn nicht genug investiert und konsumiert wird, bleibt die Wirtschaft trotzdem in der Krise. Zentraler Satz. Ob es genug, Arbeitsstellen gibt, hängt von der effektiven Gesamtnachfrage ab. Also wenn der Staat seine Ausgaben in der Krise kürzt, dann gibt es halt nicht genug Arbeitsstellen. Und das ist es, was wir gerade sehen. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Über zweieinhalb Millionen Arbeitslose, 800.000 offene Stellen. Das passt nicht zusammen. Die Beschäftigung ist schon länger auf Rekordniveaus. Und wenn die Produktivität steigt, muss dies entweder in höhere Löhne oder geringere Pro-Kopf-Arbeitszeiten umgesetzt werden, um die Beschäftigung und Nachfrage stabil zu halten. Die Wirtschaft schrumpft durch die katastrophale Politik der Ampel und eine grottige Opposition. Damit mit grottige Opposition ist die CDU gemeint, die diese gesamte Politik der Ampel weiter unterstützt. Die Reallöhne sind seit Corona in Deutschland überdurchschnittlich gesunken. Eine Ausweitung von Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich drückt die Löhne weiter. Das will Merz. Und die Debatte um 1.700 Totalverweigerer, auch schön, dass Fabian Demarsien-Sentuit genau das schreibt, was ich gerade erklärt hatte, im Bürgergeld geht ein Problem vorbei. Das größere Problem ist Bürgergeld plus Schwarzarbeit, weil Löhne nicht hoch genug sind. Ja, wie gesagt, 1.700 Totalverweigerer bei Bürgergeld sind nicht daran schuld, dass wir in Deutschland zweieinhalb Millionen Arbeitslose haben. Also zweieinhalb, ich habe jetzt die Zahl so häufig genannt, aber das sind natürlich nur die offiziell Arbeitslosen. Die echte Zahl von Arbeitslosen ist noch viel, viel höher. Also wenn man alle Menschen, die Bürgergeld beziehen, zusammenzählt, dann könnte die Zahl, beziehungsweise noch mal stille Reserve, komplizierte statistische Begriffe, ich habe da ein Video auch mit dem Erstkanal zu gemacht, verweise ich nur drauf. Auf jeden Fall, ihr könnt noch mal ungefähr die gleiche Menge an Arbeitslosen oben drauf rechnen. Also die echte Arbeitslosigkeit ist wahrscheinlich ungefähr anderthalb Mal bis doppelt so hoch, wie das, was in den offiziellen Zahlen zu sehen ist. Und dem stehen, wie gesagt, 800.000 offiziell gemeldete Stellen, offene Stellen entgegeben. Es gibt auch noch ein bisschen höhere Zahlen, die aus Umfragen bei Unternehmen resultieren, die, wie gesagt, auch ein komplizierteres Thema. Schaut euch da gerne, das ist ein Wirtschaftstalk, den hatte ich mit Jan auf meinem Erstkanal veröffentlicht. Schaut da gerne vorbei, wenn euch das Thema ein bisschen tiefer geht, interessiert. Aber das Hauptproblem, was ihr mitnehmen müsst, 800.000 offizielle offene Stellen, 2,6 Millionen Arbeitslose, passt nicht zusammen. Wenn man für zu wenig Nachfrage sorgt, wenn die Zinsen zu hoch sind, wenn die Rohstoffpreise zu hoch sind, wenn der Staat zu wenig Geld ausgibt, dann gibt es nun mal Arbeitslosigkeit. Und diese Arbeitslosigkeit wird absichtlich erzeugt von den Politikern der Ampel, von den Leuten bei der EZB. Und sie wird auch absichtlich weitererzeugt werden von Leuten wie Friedrich Merz, die dann auch noch die Unverfrorenheit besitzen, dass die Schuld an diesem riesigen Problem auf die 1.700 Totalverweigerer beim Bürgergeld zu schieben. Was vollkommen lächerlich ist. Also, liebe Leute, wenn ihr das hier seht, bitte nicht gleich wütend werden und Kommentarbereich zuspammen mit, die sind doch wirklich so faul. Schaut euch die Zahlen an. Also, 1.700 Leute, die wirklich keine Lust zu arbeiten haben oder die psychische Probleme, also, es gibt ja auch Leute, die können das aufgrund ihrer physischen oder psychischen Verfassung nicht und die sind dann auch in diesem Bürgergeldsystem. Es ist alles ein bisschen komplizierter, aber das sind echt nicht die Leute, die unser Land in den Abgrund führen. Es sind korrupte Politiker, Leute wie Friedrich Merz, wie Annalena Baerbock, wie Robert Habeck, wie Christian Lindner, die unser Land in den Abgrund führen. Und nicht, ja, ein paar Bürgergeldempfänger, die bei Sanktionen nicht richtig mitwirken. Also, ich merke das ja selber, wie indoktriniert die Leute wirklich von dieser jahrzehntelangen Propaganda, die vom Privatfernsehen und von Springer hauptsächlich gelaufen ist, sind und wie sie in diesen Bürgergeldempfängern wirklich so eine Art Sündenbox sehen, die unser Land, die an der Misere in unserem Land schuld werden. Aber das ist nicht der Fall. Schulz sind wirklich Politiker wie Friedrich Merz, der gerade Oppositionsführer ist und der eine noch aggressivere Außenpolitik, eine noch schlechtere Wirtschaftspolitik machen würde, wenn er an der Macht wäre, der also ähnlich schlimm oder wahrscheinlich sogar noch schlimmer als die Ampel ist.